In diesem Video erklären wir euch in 60 Sekunden, wie man die richtige Größe für unsere Kompressionsbandagen bestimmt. Das Wichtigste ist, dass man die Maße des Pferdes wirklich im dünnstmöglichen Zustand nimmt. Bei den meisten Pferden ist der dünnstmögliche Zustand nach Bewegung. Sobald man die Maße genommen hat, orientiert man sich an unserer Größentabelle und sucht sich die passende Größe heraus. Wenn man sich natürlich unsicher ist, kann man sich jederzeit gerne bei uns melden und wir helfen euch bei der richtigen Auswahl der Größe. Man kann das Ganze natürlich nicht mit normalen, herkömmlichen und handelsüblichen Hartscheingamaschen vergleichen, weil es sich hier wirklich um medizinische Bandagen handelt. Wenn du weitere Fragen hast, egal ob es um die Größenbestimmung geht oder um die richtige Auswahl der Bandagen, kannst du dich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf dein Feedback.